Herzlich Willkommen zum Max Gudea Getting Started Video Tutorial. Wie der Name schon sagt, wird es darum gehen, innerhalb weniger Minuten die Grundlagen von Max Gudea kennenzulernen, so dass Sie sofort mit Ihrem Projekt loslegen können. Wenn Sie Max Gudea starten, sehen Sie immer zuerst diesen Bildschirm. Sie können entweder ein schon vorhandenes Projekt öffnen oder ein neues erstellen. Wir erstellen jetzt ein neues. Dann geben wir den Benutzernamen ein. Ich wähle hier einfach User. Der Name wird vor allem dann wichtig, wenn Sie in Teams arbeiten, damit Sie später besser unterscheiden können, wer welche Dokumente oder Codes bearbeitet hat. Wir speichern die Einstellung und wählen dann einen Speicherort für unsere Max Gudea Projektdatei aus. Die Projektdatei ist ein Container, in dem bei Max Gudea alle Analyse-Elemente enthalten sind. Ich nenne dieses hier My Research. Sie brauchen das Projekt auch nach dem Erstellen nicht selbst speichern. Max Gudea speichert Ihren Fortschritt immer automatisch. Wie man unschwer sieht, ist dieses Projekt aber noch vollkommen leer. Das Layout, das Sie hier sehen, ist das klassische Max Gudea Layout. Wir widmen uns jetzt Schritt für Schritt den einzelnen Fenstern und ihren Funktionen. Als allererstes wollen wir natürlich Daten in unser Max Gudea Projekt importieren und dazu schauen wir uns die Liste der Dokumente etwas genauer an. Max Gudea bietet viele verschiedene Wege, Daten zu importieren. Ich zeige hier nur zwei. Der erste ist, per Rechtsklick auf den Ordner Dokumente ein Kontextmenü zu öffnen und hier Dokumente importieren auszuwählen. Wie Sie hier sehen, gibt es weitere Importoptionen für spezielle Dateitypen, die wir im Getting Started Tutorial aber auslassen. Fürs erste wollen wir sowieso nur ganz einfache Textdokumente importieren. Dazu wählt man die Textdokumente aus, mehrere kann man auswählen, indem man Shift gedrückt hält und schon sind sie ins Projekt importiert. Alternativ kann man einfach auf dem Mac zum Finder oder in Windows zum Arbeitsplatz wechseln und Dateien von der Festplatte per Drag & Drop in den Ordner Dokumente ziehen. Per Doppelklick kann ich nun die einzelnen Dateien öffnen. Der Inhalt eines Dokuments wird dann jeweils im großen Fenster in der Mitte, dem Dokument Browser, angezeigt. Wenn ich eine importierte Datei verändern möchte, aktiviere ich einfach den Edit-Modus, hier, und schon kann ich, wie mit jedem beliebigen Textverarbeitungsprogramm, meinen Text verändern. Ich kann natürlich auch einfach ein neues Textdokument erstellen. Dazu wähle ich wieder mit Rechtsklick den Ordner Dokumente an und wähle Dokument erstellen. Schon habe ich ein neues Dokument, das ich umbenennen und wie bei einem gewöhnlichen Textverarbeitungsprogramm mit Inhalt füllen kann. Die wichtigste Funktion von Max Gudea ist das Codieren von Daten, in diesem Fall das Codieren eines Texts. Ich lese beispielsweise diese von Kelly verfasste Textstelle, in der sie über das Thema Life Satisfaction spricht und dabei hervorhebt, dass sie für ihr Studienfach Musik Passion empfindet. Das finde ich interessant und möchte diese Stelle mit einem entsprechenden Code versehen. Dafür schauen wir uns nun die Liste der Codes etwas genauer an. Die Liste der Codes ist hier noch leer. Um einen neuen Code zu erstellen, klicke ich beispielsweise mit Rechtsklick auf das Codesystem und wähle im Kontextmenü Neuen Code einfügen aus. Im nächsten Menüpunkt wähle ich einen Codenamen aus. Das kann auch mehr als nur ein einzelnes Wort sein. Hier scheint es mir beispielsweise passend, als Codenamen Being Passionate About Something auszuwählen. Anschließend wähle ich noch eine Farbe aus. Ich entscheide mich hier für Rot. Nun gehe ich wieder zum Text im Dokumentbrowser und markiere die Textstelle, die ich kodieren möchte. In diesem Fall markiere ich den ganzen Satz, in dem der Begriff Passion auftaucht. Nun kann ich diesen markierten Bereich ganz einfach per Drag & Drop auf den Code ziehen oder auch andersherum kann man den Code auf den markierten Bereich ziehen. Nun sieht man, dass hier neben dem Text ein roter Codierstreifen und der Codename Being Passionate About Something aufgetaucht sind. Das ist ein sogenanntes Coding. In MaxQDA ist diese Unterscheidung wichtig. Codes gibt es jeweils nur einmal, sie dienen als Ankerpunkte der Analyse. Wird dieser Code auf einen Text oder eine andere Art von Daten angewandt, entsteht automatisch ein Coding. Ein Code kann sich in viele verschiedene Codings auffächern. In diesem Fall merke ich beispielsweise, dass Kelly auch in Nebensätzen immer wieder erwähnt, wie wichtig ihr Musik ist. Wenn ich diese Stellen markiere und jeweils per Drag & Drop mit dem Code verbinde, entstehen weitere Codings. Natürlich kann ich den gleichen Code auch in anderen Dokumenten anwenden. Ich öffne beispielsweise die Aussagen von Jack und auch hier merke ich nach kurzem Lesen, dass es für ihn ähnlich wichtig ist, einen Job zu haben, für den er sich begeistern kann. Auch hier markiere ich den Satz und verbinde ihn per Drag & Drop mit dem Code. In der Liste der Dokumente erscheinen dabei kleine Zahlen am rechten Rand. Diese Zahlen zeigen an, wie viele Codings sich in einem Dokument befinden. In der Liste der Codes finden sich ebenfalls Zahlen, die anzeigen, wie viele Codings zu diesem Code bereits existieren. Um den nächsten Schritt in einem Projekt zu erklären, machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. Ich habe nach der eben beschriebenen Methode mehrere Codes erstellt und jeweils mehrfach auf die verschiedenen Texte angewendet. Man sieht das beispielsweise an diesem Dokument, in dem jetzt mehrere verschiedenfarbige Codes enthalten sind. Auch in der Liste der Codes ist jetzt eine größere Anzahl an Codes sichtbar, die teilweise in Über- und Unterkategorien getrennt sind. So eine Struktur zu bilden, geht ganz einfach, indem man einen Code per Drag & Drop auf einen anderen Code zieht. Genauso kann man ihn auch wieder auf eine übergeordnete Ebene ziehen. Nachdem ich also meine drei Textdateien kodiert habe, möchte ich mir einen ersten Überblick über wiederkehrende Themen verschaffen. Der Einfachheit halber bleibe ich beim Code Being Passionate About Something, den ich in den drei Textdateien insgesamt neunmal vergeben habe. Um mir einen Überblick zu verschaffen, aktiviere ich erstmal diesen Code, indem ich auf den kleinen grauen Punkt an seinem linken Rand klicke. Der aktivierte, wird dann rot hervorgehoben. Nun gehe ich zur Liste der Dokumente und aktiviere auf die gleiche Weise alle Dokumente, die mich interessieren. Wenn ich nur die Datei Kelly aktiviere, bekomme ich einen Überblick über alle Textstellen, in denen sich Kelly zum gesuchten Thema geäußert hat. In diesem Fall möchte ich aber alle drei Textdateien vergleichen und aktiviere sie deshalb alle. Wie man nun sieht, wurde nun auch das vierte Max Godard-Fenster am rechten Rand, die Liste der Codings, mit Inhalt gefüllt. Wir sehen eine Liste aller Textstellen aus allen drei Dokumenten, die mit dem Code Being Passionate About Something kodiert wurden. Eine kleine Infobox zeigt Details zur Datei an, rechts daneben steht der kodierte Ausschnitt. Wenn ich nun auf die Infobox klicke, dann springt automatisch auch der Dokumentbrowser in der Mitte zur Stelle im Originaltext. Das ist äußerst hilfreich, wenn man nochmal den ursprünglichen Kontext einer kodierten Stelle anschauen möchte. Auf diese Weise können Sie alle Textstellen zu einem Thema vergleichen, eventuell Ihre Codes weiter anpassen, neue Codings hinzufügen oder alte wegstreichen. Wie Sie dabei genau vorgehen, hängt natürlich von Ihrem methodischen Ansatz ab. Mit diesem Grundlagenwissen können Sie aber direkt loslegen mit Ihrem ersten Max-QDA-Projekt. Mehr Infos zu den einzelnen Arbeitsschritten und auch zu den vielen Spezialfunktionen von Max-QDA kommen dann in den folgenden Videotutorials.